Oh, ja, der Kurs im Ausleuchten hat sich gelohnt. Hallo meine Wundervollen. Ja, in diesem Video wird es nochmal um meine Haare gehen. Dann können wir die fünfte Staffel der Serie Let's Talk About Dreads auf meinem Kanal abschließen. Wie ist es mir ergangen? Wie fühlt es sich an mit roten Haaren? Wie finde ich denn eigentlich meine roten Haare? Bleib dran! Also ich habe die roten Haare jetzt etwas länger als eine Woche. Ich habe auch nochmal die rote Farbe hier oben nachlegen müssen, denn es wurde schon etwas pink. Und das Fairmillion Wrap, das ist jetzt auch alle. Ich habe nur noch so einen pupsi kleinen Rest übrig, den spare ich mir noch auf für meinen Pony. Denn was ich auch nicht bedacht hatte, bevor ich mir die Haare rot gefärbt habe, ist, dass ich meine Haare ja gar nicht wasche. Die kommen ja fast nie mit Wasser in Berührung, es sei denn, ich gehe ins Meer. Und ich war jetzt noch gar nicht wieder im Meer. Die ganze Zeit noch nicht. Ich habe mich auch die ersten drei Tage gar nicht rausgetraut mit den roten Haaren, weil es einfach so eine krasse Umstellung war. Aber ich musste mich erst mal selber wieder kennenlernen. Es ist nicht so, dass ich noch nie rote Haare hatte. Als ich jünger war, hatte ich auch mal rote Haare. Aber ich hatte, glaube ich, noch nie so knallrote Haare. Nicht so einen Tomatenpumuckl, Alarmbrot. Also die ersten drei Tage habe ich also zu Hause verbracht. Ich habe meinen Kleiderschrank durchprobiert und aussortiert, was ich jetzt definitiv erst mal nicht mehr anziehen kann. Dafür habe ich andere Sachen gefunden, die auf einmal richtig noch viel besser aussehen, als die vorher schon aussahen. Zum Beispiel Lila. Ja, und Türkis. Und Weiß kann ich auch jetzt richtig gut tragen. Ich musste auch ein bisschen rumprobieren, was die Schminke angeht, damit ich passend farblich zu den Haaren mich nicht falsch schminke. Und ich konnte noch nicht ganz rausfinden, ob das eine kalt- oder eine warme Farbe ist. Und ich tendiere zu keins von beiden. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Müssen Farben immer einem warmen oder einem kalt zugeordnet werden? Nein, ich kann, also was ich gemacht habe ist, ich habe mich zuerst einmal komplett kalt geschminkt und dann jetzt gerade habe ich mich warm geschminkt. Aber ich sehe trotzdem blasser aus mit der warmen Schminke und komisch mit der kalten Schminke. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Jedenfalls musste ich da eine Weile rumprobieren, um das rauszufinden, was jetzt, welche meiner Schminkutensillen ich noch benutzen kann, welche Farben ich noch benutzen kann und welche Farben ich besser nicht mehr benutze. Auch so, was die Grundierung angeht. Das habe ich in den ersten drei Tagen gemacht, bis ich mich dann wieder justiert hatte. Ich meine Haare, wir wieder alle eins waren gemeinsam. Und dann bin ich das erste Mal rausgegangen. Und wo war ich denn da? Achso, ja, da war ich abends weg. Da haben mich nicht viele Leute gesehen. Aber so das erste Mal wieder rausgehen mit so einer krassen Haarfarbe, die so alarmisierend ist. Das war eine Überwindung. Ja, ich musste mich überwinden. Naja, aber nachdem ich dann das erste Mal draußen war und gemerkt habe, okay, es rennt mich jetzt keiner um wegen den roten Haaren. Und so krass doll mehr auffallen tue ich jetzt auch nicht, wie mit dem blonden Haaren. Da war das dann okay. Also ich kann jetzt wieder ganz normal rausgehen mit den roten Haaren und ich fühle mich auch wohl mit den roten Haaren. Ich finde auch, dass das eine coole Farbe ist. Ich glaube halt, dass das nicht ganz meine Farbe ist. Da kommen wir wieder auf die Skincolor-Problematik zu sprechen. Weil ich nicht genau weiß, was mein Grundton ist, meine Hautfarbe, habe ich halt auch Schwierigkeiten rauszufinden, welche roten Farbe jetzt eigentlich auch besser zu mir passen würde. Und da bin ich gerne für Vorschläge offen, wenn ihr eine Idee habt, was mir stehen könnte. Oder wenn ihr wisst, wie man seine Skincolor richtig bestimmt. Wie nennt man das denn? Grundhautton? Grundhautunterton? Also es gibt den Hautton, den man sieht und den Hautton, der unter der Haut liegt. Und ich habe es versucht und bei mir ist rausgekommen, ich habe eine Orangenhaut mit einem grauen Unterton. Entweder habe ich das falsch gemacht oder ich bin ein Mischling, ein Hautmischling. Ich bin eine dreckige Möhre. Okay, so. Das sind so die Problematiken, an die ich nicht gedacht hatte vorher. Also ich hatte an diese ganzen Sachen mit warmer Hautfarbe, kalter Hautfarbe, passt die Farbe zu mir, macht die mich blass, so wie das Blond. Da hatte ich nicht so viel drüber nachgedacht. Ich dachte einfach, ich hatte ja auch keine Auswahl. Ich hatte ja nur das eine Rot. Also konnte ich auch nur das eine Rot nehmen. Und jetzt, wo ich es ausprobiert habe, denkst du, ja, gerne nochmal ein anderes Rot. Vielleicht aber dann in eine andere Richtung. Also entweder orangelicher oder bläulicher müsste es ja dann werden. Also, was meint ihr? Richtung orange oder Richtung blau? In welche Richtung soll es gehen? Das Problem mit meinem Pony hatte ich ganz am Anfang schon gesagt. Ich wasche halt meine Dreads die Längen nach nicht. Ich wasche, wenn dann nur mein Pony. Das heißt, die Farbe geht nur im Pony raus und der Pony wird dann irgendwann rosa. Ich muss einfach mehr im Meerbahn gehen. Dann werden die alle gleichmäßig rosa und dann habe ich halt irgendwann rosa Haare. Mal gucken, wie das aussieht. Da freue ich mich übrigens schon drauf. Wenn alle Dreads dann rosa sind, mit Pony rosa, wie ich dann aussehe. Weil rosa Haare hatte ich garantiert noch nie in meinem Leben. Ich wusste auch nicht, dass ich mal rosa Haare haben werde. Aber ich werde rosa Haare haben. Ich muss nur darauf achten, dass es sich gleichmäßig auswäscht. Das war es von mir und meinen roten Haaren. Ein kleines Update. Das Ende dieser Staffel. Let's talk about Dreads. Sag mir doch mal, habe ich damit jetzt einen Griff ins Klo gemacht? Ja oder nein? Lass es mich wissen. Gib einen Daumen runter. Gib einen Daumen hoch. Und wenn dir das Video richtig gut gefallen hat, leite es bitte an alle deine Freunde weiter. Gefiel es dir nicht? Sag es bitte mir. Schreibe mir Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder schreib mir eine E-Mail. Um keine weiteren, meine wunderschönen Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich ganz, ganz doll für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen.